Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute bin ich in meinem neuen Handy. Heute wollte ich euch sagen, morgen, also morgen in 13 oder 14 Uhr wird ein neues Video aufgeladen. Mein nächstes Video. Ich würde euch zeigen, wo ich... Also ich mache einen Vlog einfach. Und so. Ja, und vielleicht spaziere ich und dann kann ich auch nochmal zeigen, okay? Also nicht vergessen, morgen in 13 Uhr oder nein, in 14 Uhr ein neues Video. Ich liebe euch. Tschüss. Leute, ich müsste machen. Tschüss.